Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid, heute mit einer XXL-Gespielt-Folge. Ich bin bei Folge 100 mit meinen Gespielt-Folgen angelangt. Ja, wer vielleicht richtig mitgezählt hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass es, ja, nicht unbedingt 100 Folgen waren. Vielleicht waren es ein paar mehr, vielleicht waren es ein paar weniger. Denn ich habe tatsächlich immer mal wieder irgendwie eine Zahl vergessen oder ich habe eine doppelt gezählt. Ja, das kommt im Eifer des Gefechts manchmal vor. Aber, ja, ich würde sagen, das ist jetzt hier die offizielle Folge 100 und das hatte ich ja auch angekündigt. Und deswegen machen wir heute ein XXL-Format draus. Ich habe euch 20 Spiele an der Zahl mitgebracht, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Da ich auch schon länger keine Gespielt-Folge mehr gemacht habe, ist echt was zusammengekommen, muss man sagen. Ich habe schön auch viel gespielt und das möchte ich euch heute zeigen. Und vor allen Dingen sind auch ein paar Spiele dabei, von denen ihr gerne wolltet, dass ich sie mal spiele. Und da werde ich natürlich auch von berichten und ich würde sagen, wir starten. Das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Die Legenden von Blue Moon. Das, wo hat sich ein Zuschauer gewünscht, dass ich das mal spiele. Und ich habe es mir dann auf dem Gebrauchtmarkt besorgt. Es ist ein etwas älteres Spiel. Es riecht tatsächlich auch so ein bisschen so. Es riecht ein bisschen vermodert, muss man sagen. Aber ich habe es auch günstig geschossen. Das kann man auch dazu sagen. Von Fantasy Flight bzw. Heidelberg Games. Das ist ein kleines Duellkartenspiel, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Es geht darum, dass wir mit unserer Fraktion, die wir uns am Anfang aussuchen. Und ja, da gibt es so vorgefertigte Decks. Da kann man aber auch immer noch so die eine oder andere Karte mit reinnehmen. Also ihr könnt so ein bisschen Deckbau betreiben mit euren einzelnen Fraktionen. Und dann geht es darum, diese Fraktion oder diese Karten möglichst geschickt auszuspielen, sodass wir die Drachen auf unsere Seite bekommen. Und das Spiel ist relativ straightforward von dem, wie es funktioniert. Es gibt verschiedene Phasen und in diesen verschiedenen Phasen kann man verschiedene Arten von Karten ausspielen. Und am Ende geht es eigentlich immer darum, den Gegner mit einer noch höheren Stärke zu übertrumpfen. Also man kann quasi so einen Angriff starten, indem man ja zum Beispiel eine Angriffskarte spielt oder so eine Charakterkarte ist das. Es gibt noch andere Karten, die dann auch noch die Stärke erhöhen können. Und der Gegner kann dann darauf reagieren und er spielt dann irgendwie was noch Höheres. Und dann ist er im Zug als aktiver Spieler und dann spielt er auch wieder was. Und dann muss man selber wieder auch irgendwie die höhere Karte hinlegen oder die höhere Stärke haben. Und so gehen nach und nach diese Drachen, wandern immer von einer Seite zur anderen. Und dann muss man natürlich schauen, dass man ja die coolen Karten, die man in seinem Deck hat, die dann vielleicht auf die Fraktion so stark zugeschnitten sind, die bestimmte Dinge tun, dann im richtigen Moment ausspielen. Und ich muss sagen, es ist wirklich cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, in die Regeln reinzukommen. Ich musste irgendwie das eine oder andere nochmal nachlesen. Ich habe mir dann auch noch ein Regelvideo angeguckt. Aber dann ging es irgendwann. Und es ist echt cool, weil hier auch extrem viele von diesen unterschiedlichen Fraktionen dabei sind. Also es sind, glaube ich, sieben oder neun verschiedene Kartendecks. Also man kann wirklich richtig gut durchswitchen. Und jedes Kartendeck hat dann so ihre Eigenheiten. Die einen, die gehen dann halt auf extrem einzelne starke Einheiten, die im richtigen Moment zuschlagen wollen. Bei den anderen möchte man den Gegner dann irgendwie in Sicherheit wiegen. Und dann spielt man immer viele schwache Einheiten, um dann irgendwann durchzukommen. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Taktiken. Und man muss halt sagen, also mit den drei, vier Partien, die ich jetzt gemacht habe, bin ich noch lange nicht durch. Ich habe noch lange nicht alles erfasst. Ich konnte auch nicht alle Fraktionen spielen. Aber ich habe auf jeden Fall einen ziemlich guten Eindruck bekommen. Und es hat mir wirklich ganz gut gefallen. Also wer auf Duellkartenspiele steht, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Die Legenden von Blue Moon. Ja, ein sehr schönes Duellkartenspiel. Ich zeige nochmal hier die Rückseite. Sieht auch ganz schön aus. Ja, tolles Ding, muss man sagen. Sehr guter Tipp. Danke dafür. Das nächste Spiel war auch ein Zuschauerwunsch. Und derjenige, der das geschrieben hat, wahrscheinlich meine Gespielt-Videos von davor nicht geguckt. Denn Weather Machine habe ich in, glaube ich, einer der 90er-Folgen nochmal vorgestellt, weil ich das auch vor kurzem gerade erst gespielt habe. Aber ich sage gerne auch nochmal ganz kurz was dazu. Vital Lacerda hat das Spiel gemacht. Das ist quasi sein großes veröffentlichtes Spiel aus dem letzten Jahr. Jetzt warten wir ja gerade alle sehnlichst auf Inventions. Und bei Weather Machine versuchen wir, in den verschiedensten Sektionen unseren Workout zu platzieren, dort verschiedene Aktionen zu machen und damit quasi das Wetter zu beeinflussen, beziehungsweise Wetterexperimente zu machen, um damit dann Siegpunkte zu erlangen. Und ja, das Spiel ist auf jeden Fall wieder ein Experten-Spiel, bei dem es ordentlich kracht im Gehirn. Wenn man das das erste oder zweite Mal spielt, versteht man quasi gar nicht, was man da tut. Also so ging es mir auf jeden Fall. Aber wenn man es dann ein paar Mal gespielt hat, dann macht das auf jeden Fall alles Sinn. Es ist auch wieder relativ administrativ. Also man vergisst immer mal wieder gerne irgendwelche Kleinigkeiten, während man dann seine Aktionen macht. Aber die Ikonografie ist natürlich wieder so extrem gut gemacht, dass wenn man sich eigentlich explizit daran hält, was da steht, auch nichts vergessen kann. Aber ja, das geht im Eifer des Gefechts immer wieder unter. Mir hat es wirklich wieder sehr gut gefallen. Mittlerweile ist es auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Lacerdas. Liegt vielleicht auch daran, dass ich es jetzt halt kürzlich gespielt habe und jetzt auch weiß, wie man es spielt. Es ist dann immer so, wenn man solche Expertenspiele länger nicht spielt und dann in die Regeln nicht wieder reinkommt, dann ist auch irgendwie so die Hemmschwelle relativ groß, das Ding auf den Tisch zu bringen. Das habe ich jetzt aber bei Weather Machine aktuell nicht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Partie. Ja, das nochmal kurz zu Weather Machine. Ein paar mehr Details. Schaut gerne auf jeden Fall nochmal hier in die Gespielt-Folge vorbei, wo ich das Ganze nochmal kurz nach meiner Partie besprochen habe. Und auch das nächste Spiel war ein Zuschauerwunsch. Ich sollte nochmal was über Twilight Imperium 4 sagen, inklusive Erweiterung, die Prophezeiung der Könige. Und ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe auf jeden Fall ja auch schon Einzelvideo dazu gemacht. Und das macht quasi ein kleines Video, was meine Hassliebe zu diesem Spiel zusammenfasst. Aber ich möchte euch gerne nochmal von meiner letzten Partie erzählen. Und ja, wir haben eine, was sagen wir, ich glaube, da waren vier Leute, eine Vier- oder Fünferpartie gespielt. Boah, ich habe es jetzt schon, wie schlecht mein Gedächtnis ist. Aber ja, das spielt auch keine Rolle. Und ich hatte mir wieder vorgenommen, bei dieser Partie nicht auf Megatorrex zu gehen, sondern ja, einfach richtig durch gutes Spielen, durch gutes Handeln, durch gute Aktionen irgendwie es zu schaffen zu gewinnen. Aber irgendwann im Spiel dachte ich dann so, hm, dann ärgere ich mich halt wieder danach, wenn es nicht klappt. Und ich versuche es einfach mal. Deswegen habe ich mir tatsächlich Megatorrex geholt, weil es auch irgendwie ja sich so ergeben hat, dass ich relativ viele Planeten auf dem Weg zu Megatorrex hatte, die viel Einfluss hatten. Und man braucht, ja, wenn man Megatorrex einnimmt, erstmal viel Einfluss, was man ausgeben kann. Und ich habe es mir geholt. Und ich bin dann aber auch relativ schnell wieder dort verschwunden, beziehungsweise ich habe dann auch versucht gar nicht, also ich habe nicht versucht, das zu halten oder so, sondern habe einfach nur diesen einen Punkt mitgenommen, den man mir ja nicht mehr wegnehmen konnte. Und ja, so habe ich quasi so dahin gespielt. Und dann, es war super knapp. Also wir haben einen sehr neuen Spieler dabei gehabt, der das aber wirklich klasse gemacht hat, den wir aber vielleicht ab und zu ein bisschen zu sehr in Ruhe gelassen haben, weil das dann doch am Ende ganz schön knapp war, sonst hätte er nämlich fast gewonnen. Und dann war es so eine Runde, bevor ich quasi tatsächlich doch den Sieg für mich entscheiden konnte, hatte ich noch einmal die Chance zu gewinnen. Und ich habe einfach so einen dummen Move gemacht, da habe ich so gedacht, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass ich das jetzt so gespielt habe? Hätte ich es ein bisschen anders gespielt, hätte ich safe eine Runde irgendwie früher gewinnen können und so. Und das war dann, und dann dachte ich so, ne, jetzt habe ich es schon wieder verkackt. Und dann die Runde da drauf, es hat dann irgendwie trotzdem keiner gewonnen in der Runde und dann konnte ich den Sieg dann doch für mich entscheiden. Und es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle von Himmel hoch jauchzend, ne, ich, ja, ich werde gleich gewinnen und nice. Und dann fällt mir auf, dass ich das Scheiße gespielt habe, gewinne nicht. Und dann hast du so, scheiße, jetzt gewinne ich wieder nicht. Und dann gewinne ich irgendwie doch noch. Und dann habe ich mich mega gefreut, weil es einfach auch tatsächlich, ja, mein erster Sieg in diesem Spiel war. Und ich habe es schon, ja, sechs, sieben Male habe ich es schon gespielt und ich konnte nie gewinnen. Und ja, jetzt tatsächlich mit diesem Einmal, wo ich mir Megator X geholt habe, hat es geklappt. Twilight Imperium ist einfach ein grandioses 4X-Spiel. Es ist super, super geil mit den ganzen verschiedenen Fraktionen, mit der Prophezeiung der Könige, die ja auch nochmal relativ viel Neues mit reinbringt an Fraktionen. Und vor allen Dingen, ja, bringt sie noch diese Artefakte mit. Und dieses Erkunden oder die Belohnung fürs Erkunden, das finde ich auch eigentlich ganz cool auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, es bremst es ein bisschen. Also man muss sagen, es zieht sich vielleicht ein bisschen sehr hin. Oder ja, weiß ich gar nicht, ob es das tut. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, tatsächlich so diese Mechs, okay, die sind cool, aber dieses Drumherum mit diesen Artefakten, die man dann noch ziehen kann und diese komischen Karten, die man dann auch eintauschen kann und so, das braucht es eigentlich nicht unbedingt. Es macht das Ganze, finde ich, ein bisschen zu aufgebauscht. Ich finde Twilight Imperium 4 so, wie es ist. Und es hat ja quasi eine krasse Entwicklung hinter sich. Es ist ja die vierte Edition, die einfach das Beste aus den Editionen davor mit reingenommen hat. Es hat so eine gute Entwicklung hinter sich. Es braucht eigentlich keine Erweiterung. Aber ja, uns macht es trotzdem Spaß. Uns hat es Spaß gemacht, mit der Erweiterung zu spielen. Und ich würde es auch gerne wieder mit der Erweiterung spielen. Ich würde es aber auch ohne die Erweiterung spielen. Ich finde es irgendwie so in beiden Versionen ein tolles Spiel. Und ja, es kommt am Ende einfach auf die Runde drauf an, mit der man das spielt. Also wenn das halt eine geile Runde ist, die irgendwie Spaß versteht und ein bisschen auch, ja, ein bisschen aggressiv wird am Tisch, sag ich mal. Also spielerisch gesehen, dann ist das einfach ein geiles Game. Und auch, ja, es ist einfach ein gutes Spiel. Und wenn man eine Runde dazu hat, dann sollte man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, das vielleicht nochmal zu. Twilight Imperium 4. So, die nächsten zwei Spiele werden keine Sternstunden sein, hier in diesem gespielt Format. Es sind wieder beides Wünsche von Zuschauern. Und das erste ist einmal ein 1830, beziehungsweise, ja, der Wunsch war explizit, dass 1830 Robbers, Robbers and Barons, 1830, muss ich ablesen, Railways and Robber Barons, so heißt es. Es ist, glaube ich, wohl eines der ältesten 1830-Spiele und auch eines der am wenigsten einsteigerfreundlichsten 18xx-Spielen. Und, ja, ich weiß auch, wer sich es gewünscht hat. Einer aus meiner Spielerunde. Schöne Grüße an Kai an dieser Stelle. Vielen Dank für diesen super Wunsch. Und ich habe es versucht, mir anzugucken. Und, ja, also wir haben, ich habe, erst mal habe ich einen Kumpel gefragt, der gesagt hat, so, er ist halt voll drin, er kennt die Spiele alle, weil ich persönlich habe noch nie ein 18xx gespielt und er kann mir das mal zeigen oder ich kann da mal mitspielen, das ist kein Problem. Und dann habe ich ihm gesagt, welches Spiel ich davon spielen möchte. Dann dachte ich, ah, hm, vielleicht nicht so eine gute Idee. Und dann ist es auch so, dass man für das 1830, ähm, wie heißt es, Railways and Robber Barons auch eine gewisse Anzahl an Leuten braucht, weil es sonst einfach keinen Sinn macht. Und deswegen haben wir uns jetzt quasi entschieden, das online zu spielen. Es gibt eine Online-Seite, ich blende euch auch gleich gerne noch ein paar Screenshots davon ein. Ja, und wir sind noch nicht durch, also ich kann noch nicht irgendwie was sagen, wie mir das Spiel gefällt. Und ich bezweifle fast auch, dass ich das sagen kann, nachdem ich durch bin mit diesem Spiel. Also es lief auch erstmal nicht so geil. Ich habe mir ein Regelvideo angeguckt, äh, zu dem Spiel, bei dem ich dann dachte, ja, ist klar, ich habe es so einigermaßen verstanden und es passt schon irgendwie so am Anfang. Alles klar, ich brauche irgendwie 60% von so einer Firma, damit die irgendwie, äh, damit die betrieben werden kann. Und wenn ich irgendwie mein Geld zu sehr verteile, dann kann ich irgendwie ein paar Runden nichts machen. So, das ist halt kacke. Habe ich, dachte ich so, habe ich verstanden. Alles klar, los geht's. Und dann fange ich an und dieses Interface, ja, ich habe es halt verkackt. Also ich habe dann irgendwie was gekauft und dachte so, geil, jetzt kriege ich hier 60% und dann hatte ich irgendwie kein Geld mehr, hatte keine 60%, war irgendwie in zwei solchen Companies drin, weil ich irgendwie dachte, okay, das eine ist aber die Company, die ich irgendwie von Anfang an habe und das andere, die, wo ich irgendwie investiere und hier und da. Ich check's einfach nicht. Ich check dieses Interface nicht. Ich bin auch einfach nicht geschaffen für dieses Online-Spielen, Brettspiele, Online-Spielen. Ja, weiß ich auch nicht. Und, ja, ich spiele das jetzt noch weiter. Mir macht das eigentlich auch, mir macht das Spaß. Aber ich muss sagen, ich verstehe nicht wirklich, was ich da tue. Ich habe jetzt irgendwie, mir hat dann jemand den Tipp gegeben, dass ich irgendwelche Shares verkaufen sollte, damit ich irgendwie in meine andere Company stecken kann. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt sind wir so, ja, also ich weiß nicht, so gefühlt, wenn wir jetzt in Echtzeit rechnen würden, haben wir vielleicht gerade mal so 10 Minuten gespielt und ich glaube, das war eher so der Beginn des Games. Und da ich das auch nicht mit Taschenrechner spiele, sondern, ja, einfach, ich möchte ja wissen, wie das Spiel funktioniert. Ich möchte wissen, was Leute daran so finden. Ich habe keinen Anspruch darauf, es irgendwie jetzt in der ersten Partie zu gewinnen, sondern ich möchte einigermaßen durchsteigen. und, ja, schauen wir mal. Also, ich halte euch auf dem Laufenden, aber abschließend, ja, in diesem Gespielt-Video kann ich eigentlich nicht sagen, ob es mir gefällt oder nicht, außer, dass es bisher ziemlich lame wirkt. Weil, also, ich verstehe halt nicht so ein Spiel, was am Anfang irgendwie so eine Beat-Runde hat und da kann man dann irgendwie Anteile von irgendwelchen Companies kaufen, dass es passieren kann, dass man quasi am Ende da so rauskommt, dass man nichts hat und auch nicht weiterspielen kann und dass man dann quasi, also, dann kann man ja theoretisch eigentlich schon in dem Moment, wo das passiert, kann man ja aussteigen aus dem Spiel. Also, warum, warum, das ist so ein unnötiger Mechanismus, finde ich. Also, ja, das Spiel ist sehr kompliziert und dann, ich habe mir das auch schon anhören lassen müssen von Leuten, die das wirklich gut spielen und gerne spielen, dass ich da keine Ahnung hätte und ich bin einfach zu doof und hier und da, aber, sorry, aber so ein Mechanismus darf es einfach nicht geben bei Spielen, dass man irgendwie in den ersten fünf Minuten, dann kann man das abbrechen, wenn das irgendwie einer schafft, dass das nicht passiert und dann, dann muss man, keine Ahnung, also, ganz, ganz, wirr alles, aber ich versuche es ein bisschen zu ordnen irgendwann und euch dann, zu erzählen, wie mir das Spiel gefallen hat. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und da muss ich auch sagen, so ein bisschen Schande über meinen Haupt, es geht um Senjutsu Battle for Japan, das habe ich hier auch liegen, ich habe es mir nämlich besorgt und vor allen Dingen war ich sehr interessiert, also, ich war schon, bevor ein Viewer das gesagt hat, dass ich mir das mal angucken soll, war ich schon interessiert, weil bei uns geht es dieses Jahr auch nach Japan, wir machen eine kleine Japan-Reise und ich freue mich natürlich jetzt einfach auch so ein Spiel zu spielen, was ein bisschen mit Japan zu tun hat, das fand ich eigentlich ziemlich cool und dann ist es noch ein, ja, Zweispielerspiel, beziehungsweise, ich glaube, man kann es sogar mit mehr Leuten spielen, aber ich habe es jetzt als Zweispielerspiel, ja, ein bis vier Spieler, aber ich glaube, man kann es auch ganz gut zu zweit spielen, ähm, ja, quasi in meinem Kopf gehabt und es geht darum, dass wir auf so einem kleinen Hex-Grid mit unseren Figuren rumlaufen und die sind, sind dann Karten gesteuert und so habe ich das verstanden, als ich das, als ich mir sozusagen, als ich mich damit beschäftigt habe am Anfang und dann habe ich die Regeln gelesen und dann habe ich die Regeln nochmal gelesen und dann habe ich die Regeln nochmal gelesen und dann dachte ich irgendwie, okay, ich weiß jetzt, wie es läuft und dann haben wir es gespielt und keine Ahnung, also wir haben es 20 Minuten gespielt und dann abgebrochen, weil, das ist überhaupt nicht meine Art von Spiel, ähm, jeder Spieler hat halt so einen Helden, Kämpfer, Student, Warrior, was auch immer, man sich da aussucht und dann hat man ein Deck und ich glaube, auch dieses Spiel lebt ein bisschen davon, dass man sein Deck selber zusammenbaut. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Karten, es gibt immer so Ability-Karts und es gibt so Attack-Karten ähm, und es gibt immer eine Signature-Karte für die Helden und so Core-Karts und so und, ähm, und die hat man halt in seinem Deck und während des Spiels ist es immer so, dass man eine bestimmte Anzahl von Karten auf die Hand zieht und dann kann man immer, beide Spieler immer gleichzeitig eine Karte und dann werden die gleichzeitig aufgedeckt und dann Initiativ-Reihenfolge und so weiter werden die abgehandelt und dann wird die Figur auf dem Board bewegt, man kann den anderen angreifen, der andere kann blocken und so weiter, je nachdem, was man so gespielt hat. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie Unmatched. Unmatched ist ja auch so ein Spiel und Unmatched ist schon nicht so meine Art Spiel, aber bei Unmatched finde ich das noch ganz cool, dass die Helden so super coole, unterschiedliche Sachen können, die einen haben mehrere Figuren, die anderen haben dies und das und jenes und dann hat so ein kleines Kartendeck, das ist fix und mit dem muss man auskommen und hier hat man halt so, ja man hat so Krieger, die irgendwie alle relativ gleich sind. Ich habe jetzt beim Spielen in den paar Runden noch nicht so richtig den Unterschied feststellen können und man muss halt sein Deck irgendwie selber zusammenbauen aus diesen Standardkarten und aus diesen sehr speziellen Karten für den einzelnen Charakter und ja, ich glaube, davon lebt es und ich habe halt ein vorgefertigtes Deck genommen, in der Anleitung gibt es die auch und dann haben wir gespielt und ja, es ist super, also ich fand es halt super lame, es war so irgendwie, die ersten drei Karten war das so, ja okay, wir versuchen uns irgendwie aufeinander zu bewegen und irgendwie da dieses, es gibt noch so ein so ein Kmä, heißt das Kmai, so ein Ring, den man auf so verschiedene Bubbles setzen kann und dann hat man die Möglichkeit, verschiedene Dinge auf seinen Karten noch auszulösen, ist auch nicht so wichtig und es war dann irgendwie, ja, wir bewegen uns auf uns zu und dann steht man halt voreinander und dann versucht man halt sich irgendwie auf die Fresse zu hauen mit den Karten und es ist überhaupt kein, keine Bewegung mehr da drin, es ist überhaupt kein, weiß ich auch nicht, es hat mir überhaupt nicht gefallen, deswegen haben wir es dann abgebrochen und ich werde es auch direkt wieder verkaufen, das ist überhaupt nicht meine Art Spiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen, die auch so auf unmatched richtig stehen und so sich so ein bisschen reinfuchsen in die einzelnen Karten und die Karten sind sehr voll mit Details und können krass viele Dinge gleichzeitig und wenn man, glaube ich, jede Karte kennt, dann ist das mega und, aber, ja, komme ich überhaupt nicht rein, habe ich auch überhaupt gar keine Lust reinzukommen, zu, muss ich sagen, ja, überhaupt nicht mein Spiel, daher, ja, hat mir nicht gefallen, aber könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr auf sowas steht. Dann habe ich einmal Pest gespielt. Pest ist auch ein Kickstarter, der, glaube ich, schon seit längerem ausgeliefert worden ist, das habe ich mitgespielt bei einem Kumpel und tatsächlich hat es auch einer meiner Viewer hier auf dem Kanal einmal in die Comments geschrieben, dass ich mir das mal angucken möchte, bitte und, ja, das haben wir gemacht und tatsächlich fand ich es eigentlich ganz cool, muss man sagen. Also, es war jetzt nicht so super spektakulär, ich würde sagen, es sieht ein bisschen geiler aus, als das Spiel an sich ist, aber es war echt ein ganz nettes Game, muss man sagen. Also, es geht darum, dass wir einen Worker Placement Mechanismus haben, wir haben so eine große Karte mit ganz vielen Städten und da kommen wir auch schon zu meinem ersten Kritikpunkt, die ist super unübersichtlich, diese Karte, also diese Map, das geht gar nicht, da sind so Wege zwischen den Städten und die erkennt man gar nicht. Also, man muss immer ganz genau hingucken und sogar noch diskutieren, ob das jetzt ein Weg ist zwischen diesen beiden Städten oder nicht, super schlecht gemacht und dann ist es so, dass wir auf diese einzelnen Städte immer kranke Leute, in der Pestphase müssen wir da kranke Leute draufsetzen und diese Pestkarte zeigt einem immer ein Symbol und es gibt unterschiedliche Symbole an unterschiedlichen Stellen und dann muss man diese Dinger da platzieren. Das ist auch super nervig, weil man immer nicht genau weiß, oh ja, habe ich da schon einen hingestellt oder nicht und dann habe ich da einen vergessen und hier und da und dann ist es auch einfach mehrfach passiert, dass wir Sachen vergessen haben, hinzustellen, weil wir das übersehen haben auf der Karte. So, das ist halt, also ganz, ganz schlimm, muss man sagen, so administrativ, die Hölle, die administrative Superhölle, muss man sagen. aber das Spiel an sich ist eigentlich ganz cool. Also wir haben Worker Placement Mechanismus und wir haben quasi so ein Grid. Da gibt es drei Aktionen, die sind oben und drei Aktionen, die sind links und dann setzt man quasi in diesem Feld von 3x3 Feldern irgendwo seinen Worker ein und dann kann man immer die Aktion machen, die oben ist und die links davon ist und kann man eine beliebige Reihenfolge machen. Die Aktionen, die oben sind, ein bisschen stärker, die will man eigentlich öfter machen und die links, das sind eher so Support-Aktionen und dann versucht man, ja, verschiedene Gebäude in diesen verschiedenen Städten zu bauen, man versucht, Kranke zu heilen, man versucht, diese Kranken in seine Gebäude zum Arbeiten zu bringen, damit die was produzieren und dann, ja, versucht man so ein bisschen Siegpunkte zu erlangen, man kann, es gibt dann noch, es werden immer noch so Karten aufgedeckt, die dann so Bedingungen zeigen, die man irgendwie schaffen muss, dann kriegt man irgendwie noch Ansehen und Ansehen bringt auch nochmal Siegpunkte und hier und da und Pipapo. Also ganz nett, aber ein bisschen üppig tatsächlich für das, was es am Ende ist, einfach ein sehr gut eingebetteter, thematisch eingebetteter Workerplacer mit sehr simplen Aktionen, sehr straightforward, es ist dann auch tatsächlich so, dass man, ähnlich wie bei Septima, finde ich, immer relativ, relativ gut einschätzen kann oder, ja, relativ gefangen ist, in dem, in welcher Reihenfolge man Sachen tun muss. Also man muss halt, ja, man muss halt immer erst mal Kranke einsammeln, wenn man die eingesammelt hat, dann hat man sie auf seinem Board, wenn man, dann kann man sie erst heilen und wenn man sie geheilt hat, dann ist sie an einer anderen Stelle auf dem Board und dann kann man sie in seine Gebäude packen. Das heißt, es ist immer diese Reihenfolge. Ich baue Gebäude, ich muss Kranke irgendwie in meinen, also in meinen Lazarett tun, dann muss ich sie heilen und dann kann ich sie in meine Gebäude packen und dann, das müsste man einfach möglichst effektiv machen und dann hat man die meisten Punkte gemacht. Ja, unspektakulär, aber wirklich ein ganz gutes Spiel. Ein weiteres Spiel, was gewünscht wurde, ist Trolle mögen Prinzessinnen und das habe ich auch gespielt und ich fand es wirklich gut und ich hatte mich schon geärgert, dass ich es damals auf der Messe nicht mitgenommen hatte. Das war beim Stand von Game Brewer, da gab es das noch auf Englisch und dann hatte ich mich damals für Delta entschieden. Ich dachte so, okay, nehme ich Delta mit oder nehme ich Trolls und Prinzessinnen mit. Habe es dann nochmal schmackhaft machen lassen, beides, und dann habe ich Delta mitgenommen und jetzt gab es das aber auf Deutsch, Trolle mögen Prinzessinnen und ich habe es mir angeguckt und es ist ein cooles Game, muss man sagen. Also es ist ein bisschen strange, so vom Artwork her, diese Prinzessinnen, die sind so kleine Pappaufsteller mit so einer riesen, quasi eine Nase, also, nicht ganz, ein bisschen übertrieben, aber es sieht ein bisschen seltsam aus insgesamt. Dann hat man so einen großen, runden Spielplan, je nachdem, mit wie vielen Spielern man mitspielt, ist dann immer ein bestimmtes Viertel nur sichtbar oder wird benutzt und dann geht es darum, dass wir Aktionen in unserer Höhle haben und wir haben Aktionen auf dem Spielplan und wir wollen dann durch verschiedene Dinge Punkte sammeln. Wir können dann unser Höhlen-System erweitern von den Trollen, da können wir so Punkteplättchen reinnehmen, da können wir neue Lagerplätze schaffen, das können wir halt irgendwie erweitern. Dann können wir unsere Trollen in den Höhlen platzieren, um verschiedene Aktionen auszuführen. Wir können Prinzessinnen captchern, wir können solche normalen Trollbabys irgendwie austauschen mit denen im Dorf. Wir können unsere Worker holen, die standardmäßig in unseren Höhlen dann irgendwie arbeiten und damit wir weniger Worker dort reinstellen müssen und dann hat das einen ganz coolen Mechanismus. Es ist nämlich so, dass wir immer zwei Aktionen machen können und beziehungsweise wir können immer einen Troll bewegen von einem Ort zum anderen und dann können wir die Aktion dort machen und es kommt aber immer darauf an, wie viele Trolle da sind, was für Aktionen wir machen können. Zum einen, wie viele Trolle wir da haben und wie viele Trolle auch unsere Gegner dort haben und dann können wir das quasi nochmal machen und dann können wir wieder einen woanders hinstecken und ja, wie gesagt, je nachdem, wo wir sind, machen wir unterschiedliche Aktionen und ja, ist ganz witzig, muss man sagen. Also schon auch ein anspruchsvolles Kennerspiel, ich glaube, da gibt es ziemlich viel Potenzial, um so ein paar Sachen zu optimieren, was den Höhlenbau angeht, diese Plättchen, die man sich irgendwo nimmt, da gibt es noch so bestimmte Karten, die man sich holen kann. Genau, und das Ganze funktioniert auch mit so einem Kartenmechanismus, denn man muss immer so eine Karte ausspielen, die dann auch erstmal sagt, wo irgendwie so ein Monster oder sowas, was dann quasi immer als neutraler Worker zählt, also das heißt, dadurch werden die Aktionen nochmal günstiger und ja, solche Geschichten. Also, hat mir gut gefallen, würde ich gerne nochmal mit mehr Leuten spielen, ich habe es jetzt bisher immer nur in zwei Spielerpartien gespielt, ich glaube, wir haben es dreimal jetzt gespielt, würde ich gerne nochmal mit drei oder vier Spielern spielen, um mal zu gucken, wie es dann läuft, ob es dann ein bisschen mehr Einfluss dann, was diese Mehrheiten auf den einzelnen Worker-Placement-Feldern angeht. Und ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall ein nettes Game. So, dann kommen wir zu einem Spiel, das ist das schlechteste Spiel, was ich wirklich seit langem gespielt habe. Ich habe mir Argumentationen angehört, die von Leuten, die gesagt haben, nee, das Spiel ist doch cool, guck mal das und jenes und ich muss einfach sagen, ich habe es jetzt zweimal in unterschiedlichen Runden gespielt und ich habe es dreimal in zwei unterschiedlichen Runden gespielt und es war jedes Mal völliger Schwachsinn. Völlig, völlig, völlig dämlich, völlig kacke war es. Wirklich richtig schlecht, so wirklich super schlecht. Schätz it if you can. Schätz it if you can ist wirklich das Spiel, was bei mir wirklich den Preis für das schlechteste Spiel des Jahres bekommen könnte, wenn ich sowas vergeben würde, was ich nicht mache, weil Leute haben sich Mühe mit dem Spiel gegeben und das schon seine Daraseinsberechtigung hat, aber mir persönlich gefällt es überhaupt nicht. Bei Schätz it if you can versuchen wir Reihenfolgen zu schätzen und das hört sich erstmal ganz cool an. Am Anfang ist es ein bisschen nervig mit diesen großen, man hat so riesige Karten, die man in so ein riesiges Board steckt und das muss man, und die sind doppelseitig bedruckt, das muss man dann irgendwie schaffen, diese Karten da so reinzustecken, dass man das nicht sieht. Das heißt, man nimmt das so und macht dann so und dann trifft man das nicht und so. Das ist schon mal Schwachsinn. Dieses schwachsinniger Mechanismus. Okay, man kann die auch, man kann auch die eine Seite sich angucken, das da so reinstecken und dann dreht man das um und dann muss man aber genau darauf achten, wie weit hat man das reingesteckt, weil wenn man das umdreht, lockt man Gefahr plötzlich Sachen zu sehen, die man nicht sehen sollte. Also, das ist wirklich nur was für Leute, die irgendwie Bock auf ein bisschen Friemeln haben. Erstmal das, das finde ich schon mal richtig kacke. Dann kommen wir zum Schätzen. Also, erstmal die Box, die Box, die als Punktezähler, man hat so kleine Dinger, die man auf die Box steckt, auf den Boxrand und dann muss man mit denen immer so weiterlaufen und das ist halt, das funktioniert halt überhaupt nicht, weil es derbe nervig ist, diese Dinger dann immer abzufriemeln und dann da ran zu stecken und wenn man dann an der Ecke ist, dann behaken die sich und dann kann man die gar nicht gleichzeitig da drauf tun. Also, es ist halt total dumm, es ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. So, das ist das Nächste. Dann, ähm, dieser Punktemechanismus, auch irgendwie, ja, der ist irgendwie ganz cool, aber der ist überhaupt nicht eingängig. Es ist dann irgendwie, okay, also, es läuft so, man hat irgendwie eine Frage und dann muss man irgendwas schätzen und dann steht sowas wie Brutzeit bei Tieren von klein nach groß und dann sind da verschiedene Tiere und dann kriegt man ein Tier und dann muss man sagen, okay, ist das vor oder nach dem, oder ich sortiere das irgendwie in so eine Reihe, das macht man so mit so farbigen Steinen und aber wo war ich, ich bin völlig entsetzt, wie schlecht dieses Spiel ist und dann, dann muss man das schätzen und dann, ach genau, dieser Punktemechanismus und dann ist es so, ja, wenn der hinter mir anzweifelt, also der, ich habe was geschätzt und der hinter mir kann dann sagen, so, nee, das glaube ich nicht und dann kann das richtig gewesen sein, was ich geschätzt habe, aber das, was der vor mir geschätzt hat, hat, was ich auch als richtig durchgewungen habe, das war falsch, dann habe ich halt die Arschkarte, okay, kann man drüber streiten, passt aber eigentlich für mich, so, dann ist es aber irgendwie so, wenn ich nichts mache, dann kriegt der Punkte, der hinter mir, ja, der vor mir, das heißt, ich zweifle, also im Zweifel, zweifle ich das immer an, weil wenn ich es falsch anzweifle, okay, dann kriege ich irgendwie Minuspunkte, aber es ist halt viel wahrscheinlicher und das muss man einfach sagen, bei diesen Fragen, es ist so unwahrscheinlich, dass man das richtig, alles richtig einschätzen kann und da komme ich dann gleich zu meinem letzten Kritikpunkt zu, dass es eigentlich immer geiler ist, es anzuzweifeln, weil er dann halt irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, also, ganz komisch so und jetzt kommen wir zu dem Hauptkritikpunkt, wenn das alles noch nicht gereicht hat, diese Fragen, das ist ja auch absoluter Schwachsinn, absoluter Schwachsinn, warum das Spiel Schätze If You Can heißt, okay, bei der Brutzeit, da gehe ich noch mit, da waren, es ging um die Brutzeit, da waren einzelne Tiere und dann haben wir noch gesagt, so am Tisch, alles klar, Leute, das wird was mit der Größe des Tieres zu tun haben, je kleiner das Tier, desto kürzer die Brutzeit, so, das wissen dann alle am Tisch und alle am Tisch haben die gleichen Informationen und alle können das irgendwie gleich gut schätzen und dann stimmt das mal manchmal und manchmal stimmt das halt nicht, so, das ist dann halt völlig random, ob man das dann richtig hat oder nicht, das heißt, und dann gibt es da aber Fragen, also sorry, das hat nichts mit Schätzen zu tun, da sollte man, Leute, die auf D-Mark-Münzen abgebildet sind oder D-Mark-Geldscheinen abgebildet sind, D-Mark, nicht Euro, D-Mark und erst mal, das sind dann irgendwie zehn Leute und also sieben von den zehn hatte ich noch nie was von gehört, hatte ich noch niemals den Namen von gehört, so und gut, aber wenn man die nicht kennt und das ist ja anscheinend, soll man die ja nicht kennen alle, wie soll man das denn dann schätzen, also wie soll ich denn schätzen, sozusagen, ob der eher auf einer niedrigen Münze abgebildet ist oder auf einem hohen Geldschein abgebildet ist, das kann man doch nicht schätzen, das ist doch so random, das ist doch, wie, warum heißt das Spiel Schätze if you can, wenn man eigentlich nur Sachen da reinlegen kann, die man weiß und da kannst du auch nicht, da kann mir auch keiner kommen mit, ja, du sollst das gut argumentieren, du sollst irgendwie blöffen, also sorry, da kann ich noch so gut blöffen, das nimmt mir doch keiner ab, wenn ich dann irgendwie sage, ja, Herr von, oder hier, Clara Schumann oder wie sie hieß, von dem man noch wenigstens schon mal was gehört hat, ja, ja, die war auf der 2-Euro-Münze oder 2-D-Mark oder was weiß ich, das kauft einem doch keiner ab, dass man das weiß, das sind solche, das sind so beschissene Fragen bei, muss ich sagen, das ist ein völliger Quatsch und man lernt gar nichts dabei, weil bei vielen Dingern auch noch nicht mal die Auflösung dabei ist, also da weiß man dann, okay, in welcher Reihenfolge hat irgendwas stattgefunden, aber man, das bringt einem ja überhaupt nichts, wenn man nicht die exakten Daten dazu weiß, zum Beispiel, oder die exakten Informationen hat, dann lernt man doch auch nicht mal was, also, ja, muss ich sagen, also völlig banale dieses Spiel, also Finger weg, davon. Dann kommen wir noch zu einem weiteren kleinen Duell-Kartenspiel, das ist noch ein Überbleibsel der Messe, eine App to Eat, Adapt to Eat 24, ein ganz seltsames Spiel, ein ganz seltsames Spiel, die einen sind Menschen, die anderen sind so Aliens und wir versuchen, die Aliens versuchen, die Menschen zu fangen und wir decken immer gleichzeitig einen Raum auf und wenn das der gleiche Raum ist, dann kämpft man gegeneinander, dann macht man so eine bestimmte Stärke und wenn das nicht der gleiche Raum ist, dann passiert erstmal nichts, außer es ist ein Raum, also außer das Alien hat einen Raum aufgedeckt, den der Mensch vorher schon mal aufgedeckt hat oder umgekehrt und dann kämpft man auch irgendwie wieder gegeneinander und diese Räume haben dann alle Spezialfähigkeiten und ja, also wir haben es irgendwie zweimal gespielt, das Alien hat zweimal gewonnen und ich habe irgendwie nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, wie man da als Mensch durchkommen soll. Tatsächlich ist es in drei Sprachen, also die Anleitung ist in drei Sprachen und die hat so derbe viele Übersetzungsfehler, dass ich die erste Partie, als ich das auf Deutsch gelesen habe, falsch gespielt habe, weil es einfach falsch übersetzt war. Dann haben wir es auf Englisch uns nochmal angeguckt, die Anleitung, und da steht es halt ganz anders drin und dann hat es auch erstmal überhaupt Sinn gemacht und ja, ganz seltsames Game, Adapted 24, ja, muss man nicht gespielt haben, aber wollte ich euch auf jeden Fall von berichten. Dann kommen wir zu einem Spiel, das wurde mir zugeschickt, hatte ich noch nie was von gehört, ich glaube, man kann das auch nur in deren Shop kaufen. Ich habe es mir einfach mal angeguckt, es geht um Miligrande, es ist auch wieder ein Duellkartenspiel, ich habe auch das Gefühl, es gibt unendlich viele Duellkartenspiele in der heutigen Zeit, es nimmt schon fast überhand an. Ich werde auch wahrscheinlich erstmal jetzt demnächst eine Duellkartenspielpause machen, weil auch meine Verlobte auch keine Lust auf Duellkartenspiele mehr hat, kann ich verstehen. Naja, und hier bei Miligrande geht es darum, dass wir so Luchadores, also quasi mexikanische Wrestler sind und wir wollen den anderen Wrestler in die Knie zwingen, ist ganz witzig gemacht, muss man tatsächlich sagen, ich habe nicht viel erwartet, aber ja, ist ein ganz witziges Game. Wir haben hier diese Wrestler, zeig mal hier so zum Beispiel La Sombra, diese hier, oder was haben wir hier, Salazar, der ist auch ganz cool, also wie man sie halt kennt, wie man sie sich vorstellt und diese haben alle hier unten solche Werte in verschiedenen Farben und diese Werte, das sind so kleine Steine, die man hat und diese kleinen Steine muss man dann immer, wenn man quasi kämpft gegeneinander, gleichzeitig in die Hand nehmen, das sind immer Angriffs, Verteidigungs- und so Spezialsteine und die muss man dann gleichzeitig aufdecken und dann werden die gegeneinander abgehandelt und man muss halt mit diesen Steinen, die der Initial bringt, einigermaßen gut haushalten und dann versuchen so ein bisschen Gegner, ja, meint technisch, also gedankentechnisch auszumanövrieren, sowas wie, haha, er glaubt jetzt bestimmt, ich spiele einen Angriff und dann spielt man irgendwie gar nichts, um sich einen Würfel zu holen, um einfach zwei Leben zu, zwei Schaden zu kassieren, aber dann hat man in der nächsten Runde irgendwie einen coolen Vorteil, außerdem haben diese ganzen Wrestler auch noch so ein, ja, haben alle noch so eine Spezialfähigkeit, die auch ziemlich cool sind, manchen wirkt ziemlich stark, muss man sagen und ja, dann gibt es verschiedene Modi, in denen man das spielen kann, entweder spielt man irgendwie, ja, Best of Five oder Best of Three, nee, Best of Three oder man spielt so ein Tag Team, also da kann man die auch wieder auch ein- und auswechseln, das ist auch irgendwie ganz witzig, ähm, ja, lustiges Teil auf jeden Fall, ich finde die Packung tatsächlich ein bisschen zu groß und die Anleitung muss ich auch sagen, da ist noch so ein bisschen Luft nach oben, aber tatsächlich das Spiel finde ich wirklich ganz cool, das Ganze ist von Metronom-Spiele, also das könnt ihr, glaube ich, auch nicht im Laden kaufen, das müsst ihr dann irgendwie online bei denen bestellen, äh, die haben mir das einfach zugeschickt und ich hab's mir angeguckt, cooles Teil, also, ja, mach was, mach was Neues, mach was Außergewöhnliches. So, und dann kommen wir zu dem letzten Zwei-Spieler-Duell-Kartenspiel für heute, ich, äh, verspreche es euch, aber ich, äh, wollte euch noch ganz kurz das neue Mindbug Battlefruits zeigen. Mindbug Battlefruits, ähm, ja, ist quasi eine Standalone-Erweiterung zu dem ganz normalen Mindbug, also ihr könnt das Ganze, äh, als eigenständiges Spiel spielen, habt ihr einfach ein Standardding oder ihr mischt halt die Karten in euer, ähm, normales Mindbug. Ähm, das Ding ist, ne, ja, es ist eine Gamephone-Kampagne, die jetzt demnächst startet, ich glaube, mittlerweile werden auch, ähm, irgendwie täglich auf den, auf Social-Media-Kanälen, Instagram und so, so Card-Reveal gemacht, Card-Reveals gemacht, ähm, ich habe auch eine, einen Post gemacht dazu, und, ja, also, es ist einfach wieder Mindbug, es gibt so ein paar neue Dinge, ähm, es gibt zum einen, ja, so ein Mechanismus, bei dem die, ähm, bei dem die Helden so Tokens auf sich bekommen, und dann ist es immer so, wenn man am Anfang da eines Zuges nimmt man einen Token runter, das ist so eine Harvest, heißt das, ein Harvest-Mechanismus, und, ja, wenn alle Token drunter sind, dann passiert irgendwas, das ist je nach Karte dann unterschiedlich, je nach Fruit, ähm, das ist eigentlich ganz witzig, weil tatsächlich sind das alles Früchte, und irgendwie hat der Mindbug die alle in Früchte verwandelt, diese ganzen Monster, das ist auch, ähm, ziemlich lustige, äh, Illustrationen und ziemlich lustige Karten tatsächlich, und, äh, diese Harvest-Dinger kommen mir aber auch sehr stark vor, mh, wir haben es dreimal gespielt, mit, ja, mit den, mit den Karten, haben immer unterschiedliche Konstellationen dann irgendwie natürlich gehabt, weil wir es ja immer gut durchgemischt haben, und tatsächlich so diese Harvest-Sachen, da gibt es ja auch eine Karte zum Beispiel, wenn die geharvestet ist, dann hat der Gegner halt verloren, dann hat der alle, dann sind alle Leben, äh, vorbei, also, weiß ich halt gar nicht, ob das so Karten sind, die man standardmäßig einfach Mindbuggen muss, damit man halt nicht verliert, ähm, ja, wird sich zeigen, äh, was das Balance-Technische macht, weiß ich überhaupt nicht, ähm, achso, und dann, ja, wer dieses Video aufmerksam verfolgt, äh, der hat die Chance, ähm, ja, hier diese kleine Packung zu gewinnen, denn ich habe zwei geschickt bekommen, eine sollte ich doch gerne, äh, verlosen, und das mache ich natürlich auch, also, äh, hier so eine, das ist so eine, ja, so eine Vorab-Version, äh, also die, ich glaube, in der Gameform-Kampagne wird die Schachtel ein bisschen größer, ob die Karten mehr werden, das weiß ich gar nicht, aber, äh, könnt ihr abstauben hier, ähm, schreibt einfach mal, Hashtag Mindbug in die Comments, wenn ihr das haben wollt, äh, und dann schicke ich euch das Ding zu. So einfach ist das. Genau, das zu Mindbug Battlefruits. So, dann kommen wir zu einem wirklichen Highlight, da habe ich mich mega drauf gefreut, ich habe nämlich von Ice Makers, die ja auch Terrorscape und, ähm, Age for the Galaxy gemacht haben, ein neues Spiel zugeschickt bekommen, und zwar Epochs. Epochs ist ein Spiel, da startet, glaube ich, auch die Kickstarter-Kampagne demnächst, ähm, muss ich auch nochmal gucken, ob ich da ein Preview zu mache, oder, ja, ich würde es gerne noch ein, zweimal spielen, bevor ich mich da entscheide, aber ich finde, also die ersten zwei Partien waren schon mal sehr vielversprechend. Ähm, das Ganze ist hier so eine Vorabkopie, bei der man gar nicht merkt, dass es eine Vorabkopie ist, weil es alles extremst final wird, irgendwie, nur die Anleitung ist so ein bisschen lustig, weil die nicht in die Packung passt. Ähm, und wir haben hier ein sehr geiles Zivilisationsspiel. Ich liebe ja Zivilisationsspiele, ähm, nicht zuletzt habe ich ja Path of Civilization letztes Jahr zur Messe so ein bisschen gehypt, und Foo the Ages finde ich mega und hier, wie heißt das, dieses etwas ältere, ähm, fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber ihr wisst schon, oder es gibt ja auch noch, Zivilisation gibt es natürlich noch, oder hier dieses große von Pegasus, das war auch geil, Terra Mystica kann man ja auch, oder Age of Renovation kann man ja auch als Zivilisationsspiel bezeichnen, fast schon. Naja, auf jeden Fall, ich liebe Zivilisationsspiele und dieses Spiel hat wirklich Potenzial, muss man sagen, weil, nicht weil es irgendwie viele Dinge großartig anders macht, wir haben eine Zivilisation und die hat Spezialfertigkeiten und wir haben, wir können unsere, unsere, ähm, Regierungsform ändern, wir können, wir können solche Karten spielen, die Technologien spielen, die unsere Zivilisation voranbringen, wir können Wunder bauen, also alles relativ Standard, muss man sagen, aber der Flow von dem Spiel ist mega, muss ich sagen. Es ist immer so, wir, es gibt quasi drei Epochen, die wir spielen, am Anfang, also jede Epoche dauert sechs Runden, also man hat quasi 18 Züge insgesamt und in diesen Zügen ist es immer so, am Anfang ziehe ich eine Epochenkarte, eine Technologiekarte der nächsten Epoche, die ich mir schon mal angucken kann, die ich aber noch erst, also die ich erst in der nächsten Epoche ausspielen darf und dann muss ich entweder eine von meinen aktuellen Technologiekarten spielen, ich darf davon pro Runde maximal drei spielen oder ich werfe eine ab und kann dafür aber eine Aktion mehr machen, das heißt, entweder spiele ich eine Karte und mache eine Aktion oder ich spiele keine Karte und mache zwei Aktionen, ich muss aber während dieser Epoche drei Technologien spielen und dann mache ich meine Aktionen und das ist halt relativ einfach, ich ändere die Wirtschaftsform, ich expandiere, ich baue eine Stadt, ich baue einen Handelsposten etc., es gibt so Standarddinge, die man halt bei Zivilisationsspielen machen kann und am Ende der Phase, wenn man das dann gemacht hat, dann muss man sich immer entscheiden, ob man seine Kriegseinheiten, und davon gibt es immer nur zwei, es gibt immer eine Main Unit und eine Support Unit, ob man die ready machen möchte, ob man die bereit für den Krieg machen möchte, quasi die Maintenance-Kost, also die Unterhaltungskosten bezahlen möchte, damit man zum einen entweder irgendwo angreifen kann oder damit, wenn jemand einen angreift, man mit diesen verteidigen kann und das ist immer eine ziemlich coole Entscheidung, die man da treffen muss, je nachdem, wie gefährlich es gerade ist und in der zweiten Partie ist es mir dann tatsächlich passiert, ich hatte keine Ressourcen mehr am Ende meines Zuges, ich konnte die nicht ready machen, ich wurde angegriffen und meine Stadt wurde eingesackt. So, das war halt ärgerlich, aber ja, war halt doof gespielt und finde ich halt, ich finde sowas halt cool, muss ich sagen. Und es gibt aber auch, ja, da gibt es so unterschiedliche Vorteile, also der Kampf, man hat immer so eine Grundstärke und dann kriegt man immer noch so Vorteile, je nachdem, welche Einheit man hat, dann kriegt man noch zusätzlich Würfel, die man würfeln kann, da gibt es auch, auf jeden Fall hat es viel mit Glück, und Pech auch dann zu tun, ob man gewinnt oder nicht und, aber je nachdem, mit wie viel Abstand man gewinnt, bekommt man dann unterschiedliche Boni, das ist auch ganz cool und so und, ja, super schnell gespielt, weil, ja, man nimmt sich einfach eine Karte, spielt eine Karte ab, macht eine Aktion, entscheidet, ob man kämpft oder nicht und der Nächste ist an der Reihe und man hat so einen richtig schönen Flow an Wundern und so Einheitenkarten, die da immer durchlaufen und relativ schnell irgendwie ist alles entdeckt, die meisten Informationen sind einfach alle offen, die einzelnen Völker haben Spezialfähigkeiten, die man aber quasi als freie Aktion, und zwar immer nur zwei davon, während des Spiels einfach aktivieren kann, da muss man sich halt immer entscheiden, welche von den vielen aktiviere ich, welche brauche ich vielleicht nicht, zum Beispiel hat China und China hat so eine Fähigkeit, dass sie so eine Great Wall haben, das heißt, ich kann mich eher schützen, und zwar in den Epochen 1 und 2 und ich dachte halt, das wird ein friedliches Spiel, habe es dann nicht gemacht, habe die anderen beiden Sachen gemacht und ja, wurde angegriffen, meine Stadt wurde eingesackt und ja, war die falsche Entscheidung, aber ja, gefällt mir sehr gut das Spiel, ich bin sehr gespannt auf die Kampagne, ob da dann auch noch, ich glaube, es gibt auch noch eine Erweiterung, bin ich auch sehr gespannt drauf, also das solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten, wenn ihr auf Zivilisationsspiele steht, Epochs, Cores of Cultures, sehr schönes Ding muss ich sagen, sehr schön, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann kommen wir zu einem etwas kleineren Spiel, ein kleines Rezensionsexemplar, was mir zugeschickt wurde von Cosmos, das hatte ich angefragt, weil ich es ganz interessant fand, mit diesen Blöcken, ja, kooperativ Missionen zu erfüllen, Tower Bricks. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir relativ einfaches Spielmaterial haben, also das könnt ihr euch theoretisch auch zu Hause selber bauen, wenn ihr das möchtet, das sind einfach, ja, solche Blöcke in verschiedenen Farben, relativ simpel, und dann gibt es Missionskarten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, die dann quasi so aussehen, also hier zum Beispiel, der oberste Stein liegt waagerecht, das ist eine Mission, und nun ist es so, dass wir quasi in Echtzeit diesen Turm hier bauen, alle zusammen, und dann wollen wir, je nachdem mit wie vielen Leuten wir spielen, ich kann mir vorstellen, dass es zu zweit ganz cool ist, weil mit mehreren Leuten das schon ein bisschen, ja, zuverländisch, wirklich wirkt, dann kann man halt so sagen, so, ja, ich möchte das so bauen, und dann kommt der Nächste und sagt so, hm, nee, so, dann, und, ja, und dann dauert das so lange, bis wir dann quasi alle damit einverstanden sind, wie das liegt, und alle müssen dann ihre Missionskarten quasi erfüllt haben, Schwierigkeit kann man anpassen, je nachdem, wie viele Missionskarten jeder hat, irgendwann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr machbar sein, wenn die Spieler zu viele haben, und je nachdem, wie man das dann gebaut hat, kriegt man dann unterschiedlich viele Punkte, und hat dann einen Highscore, wirklich nettes Ding, schöner Absacker, schönes kooperatives Spiel, vielleicht auch zum Teambuilding ganz gut, kann ich mir vorstellen, darf halt wieder nicht kommunizieren, man darf natürlich nicht über seine Missionskarten reden, aber, ja, eine nette Idee, muss man sagen, also hat mir wirklich ganz gut gefallen, so für zwischendurch, kann man das mal machen. Dann sind wir bei einem Spiel, was im Sommer wahrscheinlich auf Deutsch erscheinen wird, bei Skellig Games, es gab eine englische Kickstarter zu Sierra Nevada, ich weiß gar nicht, wie das mit der Auslieferung ist, ob das schon ausgeliefert wurde, oder nicht, ich habe da nicht mitgemacht, aber Skellig hat mir ein Vorabexemplar zugeschickt, was ich mir angucken sollte für den Sommer, und ich habe gesagt, ja, passt, und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich ganz gut, ich werde dazu auch noch eine Regelerklärung machen, und ein, ja, quasi ein kleines Preview, wenn der Vorverkauf dann für die deutsche Version startet, und heute möchte ich euch aber im gespielt Video schon mal von berichten, Sierra Nevada wandern auf dem John Muir Trail, das Ding heißt auf Englisch Trailblazer, und, ja, das Setting ist, wir sind Wanderer, und es ist eigentlich ein relativ einfacher Workerplacer, ich würde sagen, es ist fast schon ein Gateway-Game, bei dem wir auf einem riesigen Feld mit solchen kleinen Plättchen Worker legen, um uns Ressourcen zu holen, also es geht sehr viel darum, dass wir Ressourcen managen, denn wir wollen auf einem Trail mit unserer Figur immer vorrücken, und es gibt quasi zwölf Felder, die wir vorrücken müssen, es gibt zehn Felder, die wir vorrücken müssen, und wir spielen aber zwölf Runden, das heißt, ich darf nur in zwei Runden quasi diese Aktion mit dem Vorrücken nicht machen, sonst kann ich mich am Ende nicht gewinnen, weil ich kann nur die meisten Punkte am Ende haben, wenn ich das letzte Feld auf diesem Trail erreicht habe, das ist ganz cool, und, ja, dann gibt es zwischenzeitlich ja, verschiedene Punkte, Mechanismen, also es gibt so ein bisschen Set Collection, man kann so kleine Naturkarten sammeln, die kann man sich holen, da kriegt man immer noch Boni, es gibt solche kleinen Zielplättchen, die man sich holen kann, um, ja, pro so und so einer Karte noch was zu bekommen, dann kriegt man Punkte, wenn man bestimmte Sachen als Erster erreicht hat, da gibt es solche Sightseeing-Karten zum Beispiel, wenn man da alle vier verschiedenen Sorten als Erster sich geholt hat, und die geben selber auch nochmal viele Punkte, also es sind halt so viele kleine Mechanismen, die wirklich sehr gut für Einsteiger geeignet sind, und das Thema holt Einsteiger auch sicherlich ab, das finde ich auch ganz schön, ich verstehe nur nicht ganz, warum das, also warum das wirklich immer noch Wandern auf dem John Muir Trail heißt, weil hätte man nicht einfach einen fiktiven Trail nehmen können, also ich will ja nicht, ich will ja nicht pingelig sein, aber John Muir ist jetzt nicht so die netteste Person gewesen auf Erden, und ich weiß nicht, warum man dem dann noch irgendwie auf ein Spiel drucken muss, es reicht schon, dass die ganzen Denkmäler in den USA umbenannt werden, und dass der Trail noch so heißt, wie er heißt, aber ich finde halt so, muss man das, also ich nenne ja auch, naja, will ich jetzt nicht zu weit gehen, aber ich finde, das hätte man umbenennen können, ich finde, da hätte man einfach einen fiktiven Wanderweg, oder man hätte den, ja, hätte man das, es hätte man einfach machen können, so, das wäre so meine Meinung, aber das Spiel an sich ist wirklich ganz cool, und deswegen gibt es bei mir dann auch noch ein Einzelvideo und eine Regelerklärung dazu demnächst hier auf meinem Kanal. So, dann haben wir ein Spiel gespielt, und ich muss sagen, es ist das beste Hidden Movement Game, was ich je gespielt habe, mal wieder, es ist Terrorscape, ich habe es wieder ausgepackt, nachdem jetzt die finale Kickstarter-Version hier angekommen ist, mit diesen ganzen Add-ons, die ich mir noch bestellt habe, und es ist einfach, es ist das beste Hidden Movement Game, es ist von der Dauer, es ist perfekt, es ist von der, von Spannungsbogen perfekt, man kann es in mehreren Spielerzahlen richtig gut spielen, also am besten ist es zu zweit oder zu viert natürlich, aber man kann es auch zu dritt spielen, theoretisch, wenn einer zwei Leute übernimmt, und es hat einfach eine unfassbare Tischpräsenz, sieht einfach unfassbar geil aus, es ist einfach ein richtig geiles Game, muss man sagen, Terrorscape, wir haben so ein riesiges Haus, auf der einen Seite sitzt der Mörder, auf der anderen Seite sind die Survivor, die Überlebenden, und dann haben wir quasi eine kleine Map, die, im Grundspiel ist das so ein Haus mit verschiedenen Räumen und die sieht auf beiden Seiten gleich aus, die Survivor wissen immer, wo der Mörder ist, außer, er hat eine Fähigkeit, die ihm erlaubt, in den Stealth zu gehen, da gibt es auch unterschiedliche Arten von Mördern, also auch noch, ja man hat sehr viel Abwechslung, weil es unterschiedliche Arten von Survivor gibt, unterschiedliche Arten von Mördern, das kann man unterschiedlich kombinieren, ist auch ziemlich cool, und der Mörder weiß aber nicht, wo die Survivor sind, das heißt, die Survivor machen die ganze Zeit irgendwelche Aktionen im Geheimen, müssen aber bestimmte Informationen immer preisgeben, es gibt manche Situationen, wo sie Lärm machen, dann müssen sie verraten, wo das ist, und der Mörder sieht auch immer, wie weit sie quasi dabei sind zu fliehen, also sie sehen, er sieht immer, wie viele Schlüsse schon gefunden worden sind und quasi, wenn der Hilferuf, oder da muss man so ein Ding reparieren, so ein Telefon reparieren, wenn das passiert, dann kriegt er auch immer Bescheid und dann weiß er immer ungefähr, okay, die müssen jetzt da sein oder hier sein, da gibt es Geheimgänge, es gibt Gegenstände, die man finden kann, die man einsetzen kann, man kann kämpfen, der Mörder entwickelt sich auch immer, also im Laufe des Spiels, je mehr Karten der quasi durchgeht oder je öfter er sein Deck durchgeht, dann steigt er im Level auf und kriegt noch stärkere Karten und das ist dann echt so ein krasser Spannungsbogen, weil es war irgendwie in jeder Partie war es so arschknapp, dass entweder die Survivor ganz knapp überlebt haben oder Mörder ganz knapp die Survivor noch bekommen haben, es war immer super spannend, super knapp und das einfach in so einer Partie, die dann so 20 Minuten dauert, also man kann dann immer gleich mehrere Runden hintereinander spielen, 20, 30 Minuten vielleicht und super geil, also das, also da kann so, wie haben wir das, das Biest oder wie das heißt, Biest oder Mind MGMT oder Scotland Yard und so, das kann ja wirklich einpacken gegen dieses Spiel, muss ich sagen, also das ist wirklich mit Abstand das beste Hidden Movement Game, was ich je gespielt habe. So, und dann war ich auf dem Falkenberger Spieletreff, das ist so ein kleiner Spieletreff in Norderstedt, hier bei uns im Norden und das findet, glaube ich, einmal im Jahr statt und da bin ich dann hingegangen, weil wir tatsächlich auch unsere Lütte das erste Mal so ein bisschen babysitten haben lassen für eine Stunde und dachten so, jetzt gehen wir mal schnell dahin, gucken uns das mal an und da habe ich drei Spiele gespielt und zwar habe ich einmal gespielt Pick a Pen, wir haben gespielt Kufstein von Rita Modell und wir haben gespielt Code Talk und ich möchte euch ganz gerne als erstes von Code Talk erzählen, denn das ist immer so eine Situation, wenn ich irgendwie irgendwo hingehe, wo man vielleicht auch öffentlich spielen kann oder es Leute gibt, die mir das Spiel erklären und so, dann komme ich halt da hin und dann werde ich immer direkt schon, was eigentlich ja ganz cool ist, so, hallo und hier, willst du was spielen und so und dann kann, ehe ich mich versehe, habe ich ein Spiel in der Hand, ohne irgendwas gesagt zu haben, ohne irgendwie, ja, vielleicht gesagt zu haben, so, ja, du brauchst mir kein Spiel vorschlagen, ich bin in dem Betier zu Hause, ich bin jetzt kein Gelegenheitsspieler, ich finde schon was, so, was ich spielen möchte oder so und dann habe ich, das ist immer dieser Punkt, mit diesem and now it's too late to ask oder, ne, dieses, und jetzt ist es spät, ihm das zu sagen, dass, dass ich einen YouTube-Kanal vielleicht habe oder dass ich viel spiele, ich muss zwar gar nicht mit dem YouTube-Kanal anfangen, aber einfach, dass ich sehr viel spiele und das ist schon okay, wenn er sich um andere Leute kümmert, das verpasse ich immer und dann habe ich ein Spiel in der Hand und dann ist es halt zu spät und dann bin ich auch einfach immer, dann muss ich das halt durchziehen, dann nehme ich das und dann spiele ich das und deswegen habe ich Code Talk gespielt. Code Talk, ein super Strangest Game, wir haben so kleine Bobbles, die müssen wir in so, in so einem 3x3 Raster in so noch kleinere Bobbles einlegen und immer da, wo man das reinlegt, das bestimmt, wo der Gegner das nächste reinlegen muss und dann muss man quasi so viel gewinnmäßig so eine Kette stellen. Boah, das ist schlecht, richtig langweilig. Also, braucht ihr auch gar nicht googeln und wahrscheinlich, ich habe es auch, glaube ich, bei BGG nicht mal richtig gefunden. Ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, next. Dann haben wir Kufstein gespielt. Das fand ich ganz witzig, tatsächlich. Kufstein, ein so kleines Plättchenlegespiel, bei dem wir mal so Zielkarten ziehen, die uns verschiedene Muster zeigen von Weiden, Weidearten, also Wiese, Moor, Wald und so weiter, also von Landschaftsarten und diese Muster müssen wir nachbauen auf unserem, in unserer Auslage und dann müssen wir aber noch Kühe haben, die wir irgendwo draufstellen und diese Muster, die wir werten wollen, da dürfen aber keine Kühe drauf sein, aber wir können unsere Kühe auch zurücknehmen, wenn wir so große, große Ansammlungen von Kühen haben, dann gibt es einen Mechanismus, dass wir die wieder zurückbekommen und dann können wir quasi die Sachen, die wir da gelegt haben, wieder benutzen, um quasi die Muster wieder neu zu erfüllen mit anderen Zielkarten und dann ist es, wer als erstes einen bestimmten Punktebereich überschritten hat, der hat gewonnen und ja, wirklich ein witziges Ding, diese Plättchen sehen ein bisschen seltsam aus, weil die nicht so Standard-Hacksteile sind, die sind so komisch geschwungen, ist erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber sieht eigentlich ganz nett aus, Hardwork sieht auch ganz schön aus, funktioniert, wirklich gutes Spiel, dauert mir vielleicht ein bisschen zu lang für das, was es macht, weil man tatsächlich immer das Gleiche macht, also man ist halt immer so dieses, okay, ich ziehe Zielkarten und versuche die zu erfüllen, Zielkarten erfüllen, Zielkarten erfüllen, manchmal legen ich hier noch Sachen aus der Auslage, um mein Ding jetzt zu erweitern, ja, und dafür ist es fast ein bisschen lang, also ich finde es eher so als Absacker ganz cool, aber ja, doch, hat mir gut gefallen, muss man sagen, also ein schönes, kleines Spiel, ich glaube, es war bei Schmidtspiele erschienen, letztes Jahr, kann man machen auf jeden Fall, ja, und dann haben wir, wie gesagt, da noch Pick a Pen gespielt und Pick a Pen ist auch, ja, ein ganz nettes Familien-Absackerspiel, muss man sagen, es ist halt mal was Neues, weil wir es quasi ein Roll and Ride, bei dem wir Linien verbinden müssen, relativ simpel, also wir haben es relativ schnell gemaxt in der ersten Partie, da war das dann so, okay, mehr Punkte kann man halt nicht holen, so gefühlt, und der Witz ist, wir rollen bunte Stifte und dann kann man sich, wir rollen alle bunten Stifte und dann sucht man sich einen Stift aus und da steht dann auf dem Stift drauf, so wie er gefallen ist, wie viele Linien man damit machen darf, dann nimmt man den, malt die Linien, der ist dann erst voraus und dann nimmt sich der nächsten Stift und dann würfelt man irgendwann wieder alle und dann, ja, hat man versucht, möglichst effektiv, möglichst schnell bestimmte Linien miteinander zu verbinden, bestimmte Boni sich zu holen und dann Punkte zu sammeln, ja, muss man sagen, einfach ein nettes, nettes Familienspiel, schön mit den Würfeln, mit dem Stifte würfeln, mal was Neues und sind wirklich, also ich gehe davon aus, dass die dann auch so dick sind und die sind wirklich dick, dass die nicht kaputt gehen, weil es wäre halt derbe nervig, ihr kennt das halt, ne, in der Schule damals, wenn man irgendwie Bleistifte da dauernd auf den Boden fallen lässt, dann sind die immer gebrochen, das sollte, glaube ich, aber nicht passieren. Daher, ja, gibt es in unterschiedlichen Versionen, glaube ich, mit so unterschiedlichen Sachen, die man ausmalen kann, ja, wenn ihr so ein Familienspiel mal benötigt, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Dann sind wir tatsächlich schon bei Spiel Nummer 19 und Spiel Nummer 19, das ist Suvades, was ich euch vorstellen möchte, was ich letztens gespielt habe. Ja, wir hatten eine lustere Runde hier bei mir und ich habe das einfach mal vorgeschlagen, weil man das mit vielen Spielern auch spielen kann und Suvades ist quasi ja der Nachfolger von Quo Vadis, von Rainer Knizia und es geht darum, dass wir ein Spiel haben, bei dem wir miteinander handeln und wir handeln im Grunde genommen Geld und für das Geld bekommen wir Schritte beziehungsweise Plätze. Es ist halt so, dass wir solche Tiere spielen und wir haben, ja, die Tiere in unserem Vorrat und wir starten ganz unten und wir wollen uns durch den Zoo nach oben schlängeln und wir müssen mindestens eine Figur ganz nach oben bekommen haben, damit wir am Ende zählen dürfen, wie viel Geld wir haben, um dann am Ende gewinnen zu können. Und wir wollen natürlich Geld sammeln. Wir sammeln Geld, indem wir zum einen mit anderen Spielern handeln. Da kann man Spezialfähigkeiten handeln oder auch einfach ja, Plätze handeln oder Schritte handeln. Also es gibt nämlich, ja, das erzähle ich gleich, oder man bekommt Geld, weil man von einem Punkt zum anderen geht und zwischen diesen beiden Punkten liegt halt Geld, was man sich nehmen kann. Und dann ist es aber so, man darf immer nur sich bewegen mit seinen Figuren, wenn man da, wo man steht, die Mehrheit hat. Das sind immer Felder, die irgendwie drei oder fünf Felder haben. Und ja, man braucht halt die Mehrheit. Also bei einem Fünferfeld braucht man halt mindestens drei People da. Und wenn man diese drei People nicht hat, sich aber trotzdem bewegen möchte, dann kann man andere Leute fragen, dass sie für einen stimmen. Und das kostet natürlich. Also die wollen natürlich irgendwie was dafür haben, wenn du dich bewegen darfst. Und ja, so ist das ein fröhliches Gehandel, hin und her. Muss man Fan von sein. Ich glaube, vielen fällt das schwer, zu handeln. Mir fällt das auch oft schwer, wenn ich anderen einfach Vorteile geben muss, für günstig oder irgendwelche Versprechungen in die Zukunft machen muss, die ich dann vielleicht halte oder auch nicht halte. Es ist oftmals auch so dieses, okay, pass auf, er gibt mir seine Stimme für zwei, gibt es mir seine Stimme für ein. Dann, ja, Verhandlungen muss man halt können. Also es ist nicht umsonst, dass, das glaube ich so, Verhandlungen auch im Business-Bereich schon einfach ein sehr wichtiges Ding ist und dass man das auch, also dass man da auch Experte drin sein kann. Das, das merkt man schon an so kleinen, ja, an so kleinen Spielen, wie, wie so war das zum Beispiel. Finde ich irgendwie ganz witzig. Mir hat es ganz gut gefallen. Ich würde es gerne mal wieder spielen, aber ich glaube, es macht tatsächlich einfach Sinn, wenn man in der Vollbesetzung ist oder möglichst viele Spiele hat, ich glaube, so ab fünf macht es erst Sinn, fünf bis sechs, ich glaube, es geht bis acht. Ja, aber ein nettes Beat- und Handelsspiel. So, und als letztes möchte ich euch noch von meiner Partie Distilt berichten. Das haben wir mal wieder auf den Tisch gepackt. Ich finde es ein grandioses Game, muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn ich das spiele, gefällt es mir immer wieder besser. Ich habe schon oftmals gehört, dass es Leuten nicht so gut gefallen hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es so gut. Es ist so ein gutes Spiel. Bei Distilt versuchen wir, Alkohol herzustellen und diesen dann möglichst teuer zu verkaufen. Wir wollen möglichst viele Punkte sammeln und möglichst viel Geld haben. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil, also es gibt immer jedes Spiel eine unterschiedliche Rezepte-Liste, also mit welcher Alkoholiker überhaupt mitspielen. Dann hat jeder noch ein Spezialrezept und noch eine Fähigkeitenkarte. Das ist alles immer unterschiedlich. Also es ist nie irgendwie gleich, so diese Kombination von Spiel zu spielen. Und dann geht es darum, dass wir über, was sind das, sechs, sieben Runden, ja, Alkoholiker quasi herstellen und dann uns solche Marker holen, um dann nochmal solche Boni abzugreifen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Alkoholiker herzustellen. Es gibt so Sachen, die wir direkt in Flaschen abfüllen können, die wir direkt verkaufen können. Es gibt Alkoholiker, die wir erst in Fässern lagern müssen. Da schieben wir dann immer so Aromakarten rein. Die können wir dann am Ende erst verkaufen, kriegen dann aber vielleicht ein bisschen mehr Punkte. Und dann hat es so einen coolen Mechanismus, dass wir immer, wir müssen immer eine Art Zucker in unseren Gärbottich legen. Wir müssen immer Wasser in unseren Gärbottich haben und wir müssen immer Hefe in unserem Gärbottich haben. Das ist natürlich jetzt für, nicht für alle Alkoholiker sehr realistisch, aber der Einfachheit halber kann man sich das gut vorstellen. Und dann kann man noch verschiedene andere Karten damit reinmischen, so Alkoholkarten und so weiter und so fort. Und dann mischt man seine kompletten Sachen, die man in dem Gärbottich hat, mischt man. Und dann muss man die oberste und unterste Karte rausnehmen. Die kommen raus. Die behält man dann für spätere Runden. Und das, was man dann in seinem Stapel übrig hat, das bekommt man dann. Und die verschiedenen Alkoholiker, die brauchen dann unterschiedliche Arten von Zucker. Also der eine braucht irgendwie drei grüne Zucker, der andere braucht nur einen braunen Zucker und so weiter und so fort. Und je nachdem, was man dann gebraut hat, braucht man dann noch Flaschen, damit man das in seine Flaschen abfüllen kann. Man braucht außerdem Fässer. Also dann gibt es noch so Sachen, die man für seine Destille kaufen kann, so Extrakarten und so. Das ist super cool. Also macht das unglaublich viel Spaß und es hat echt einen schönen Flow. Manchmal ist es ein bisschen so dieser Kritikpunkt, dass der Markt, dass man relativ abhängig ist vom Markt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Spezialrezept irgendwie so ein Whisky hat und man möchte das brauen, aber es gibt kein Whisky-Fass, was man kaufen kann, dann ist man manchmal ein bisschen angearscht. Aber es gibt immer noch so Standardkarten, die immer verfügbar sind. Das geht einigermaßen. Dann kann man noch so Setboni sammeln, mit welchen Ländern, welche Alkoholiker kommen aus welchen Ländern und so. Also schon auch ganz gut verzahnt. Und ja, also ich weiß gar nicht, ich kann eigentlich gar nichts dran aussetzen an diesem Spiel. Es ist wirklich toll und vor allen Dingen, ich finde das Material auch so geil. Also es hat halt diese coolen, diese coole kleine Whisky-Fass fürs gefundenen Dings. Es hat, ich finde die Karten toll, die sehen super aus. Es ist, diese Plättchen sehen toll aus, diese, also ich muss sagen, es ist einfach ein richtig gutes Spiel. Also das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, wenn ihr, vor allen Dingen, wenn ihr mal ganz gerne den einen oder anderen edlen Tropfen trinkt, dann könnte das auf jeden Fall auf eurem Spieletisch wirklich gut aussehen. Das war's mit 20 Spielen. Mensch, das hat ja doch länger gedauert, als ich das vermutet hatte. Aber es musste einfach mal sein, die XXL-Folge hatte ich mir schon länger mal vorgenommen. Und ich möchte ja auch nicht, dass die ganzen gespielten Spiele untergehen, wenn ich dann mal ein paar andere Videos mit einbette. Ihr sollt schon alles mitbekommen, was ich hier so am Start habe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 100 Folgen. Und naja, wahrscheinlich fangen wir bei der nächsten Folge auch mit der Folge 1 an, denn es wird eine kleine Neuerung geben. Seid auf jeden Fall gespannt. Es wird so ein kleines Gimmick in jeder Gespielt-Folge geben, bei der ich hoffe, dass ihr, ja, ein bisschen Spaß daran habt und vielleicht auch einen kleinen Mehrwert davon habt. Seid auf jeden Fall gespannt auf die nächste Gespielt-Folge. Da werde ich das dann das erste Mal ausprobieren. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich über eure Unterstützung freuen. Nach 100 Gespielt-Folgen ist auf jeden Fall spätestens, oder spätestens jetzt ist bei euch ein Abo fällig. Ähm, naja. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, ein weiteres Video zu schauen. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Einmal einen kleinen Kickstarter-Preview von AI-Pocalypse, einem ziemlich coolen Auto-Battler-Kartenspiel. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Und dann, ja, freue ich mich auf die nächste Gespielt-Folge, wo ihr dabei seid oder auch ein anderes Video. Schaut einfach rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.